Grüß euch Leute, hier ist wieder Johannes und heute gibt es mal wieder einen Ausschnitt aus Leben in Spanien und ja, ich erzähle euch heute mal wieder, was bei mir los war. Und zwar in der Früh habe ich mich um meinen Job gekümmert und ich will hier in Spanien eine Firma gründen und um das Ganze möglich zu machen, muss ich so einige Auflagen erfüllen, das ist ein bisschen schwierig und ich bin jetzt schon seit drei Monaten da dran, diese Firma zu gründen und ja, als erstes war ich beim Rathaus, die haben mich dann weitergeschickt zur Firmengründungsabteilung sozusagen vom Rathaus. Die haben mir dann gesagt, ja, du brauchst einen Businessplan sozusagen, dann brauchst du technische Details über deine Firma, wie das Ganze funktionieren soll und dann brauchst du noch, weiß ich nicht, eine Route und ja, wie du dir das Ganze vorstellst. Am Ende hat es eine ganz lange Zeit gedauert, das habe ich dann auch alles gemacht und jetzt vor zwei Wochen ungefähr habe ich das dann beim Rathaus abgegeben und ja, da kam es dann dazu, dass nicht wirklich klar ist, wer ist denn dafür zuständig. Wer ist denn zuständig eigentlich, um meine Firma sozusagen zu bearbeiten, weil es unter anderem um ein Verkehrsmittel auf der Straße geht und ja, irgendwie weiß nicht jeder richtig, wer zuständig ist. Ist jetzt das Touristbüro zuständig, das Straßenamt, die Straßenverwaltung oder keine Ahnung, irgendwie die Firmengründungsabteilung zuständig und da wird jetzt die ganze Zeit hin und her geschoben, wer jetzt sozusagen das okay gibt. Und heute früh eben war ich mal wieder bei einem von diesen fünf Ämtern, die da möglicherweise zuständig sein könnten und da kam es dann raus, dass ich jetzt am Donnerstag zur lokalen Polizei gehen muss. Es gibt anscheinend zwei unterschiedliche Polizeistationen, die eine normale Polizei sozusagen, die sich um Delikte kümmert und dann noch eine lokale Polizei, die sich um, keine Ahnung, solche Sachen kümmert, wie ich jetzt hier vorhabe, so wie Straßenbenutzung oder keine Ahnung, solche Sachen auf jeden Fall. Nun ja, das war der erste Teil des Tages, den habe ich gut überstanden und danach ging es typisch hier in Spanien zur Family und Mittagessen mit der Fam. Es ist super. Also hier in Spanien einfach, wenn du eine spanische Freundin hast, wirst du so oft zum Essen hier eingeladen. Also das hat einfach so Normalität hier, ja, jede Woche zwei, dreimal bei der Fam essen, einfach, weil die Mutter kocht halt für alle und bist halt da mit dabei. Und ist auch immer sehr lecker und ja, danach erstmal ein bisschen Siesta machen, Pause machen. Ich meine, ist ja klar, hier mit mindestens 33 Grad oder noch mehr mittags, da ruht man sich lieber aus. Ja, gesagt, getan und jetzt bin ich voll erschrocken. Danach bin ich mit meiner Freundin heim und ja, am Abend jetzt gerade eben war ich in der neuen Wohnung und habe jetzt mal vier Stunden lang Möbel aufgebaut, so einen riesigen Ikea-Schrank und noch andere Möbel dazu und bin jetzt froh, dass ich fertig bin, gehe gerade heim. Und das war's auch von heute. Ich habe noch einen Anhang, ja, beim letzten Video hat mich jemand gefragt, wie es denn funktioniert mit Wohnungskaufen hier in Spanien. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht drum gekümmert, aber lieben Gruß an dich, kommt auf jeden Fall noch. Was ich weiß, ist, dass man auf jeden Fall eine NIE-Nummer braucht, also sozusagen eine Steuernummer. Und diese Steuernummer kannst du sogar online beantragen. Da gibt's sozusagen Leute, die das dann für dich machen. Da zahlst du dein Geld dafür und gibst denen die ganzen Dokumente und die kümmern sich dann darum. Ja, aber wie das genau im Detail aussieht, dann mache ich mich noch schlau. Genau, ganz lieben Gruß und Servus!